Knut, äh wie krieg ich hier drin einen Drink? Wo kann ich einen Drink? Einen Drink? Du kannst warten, dass der Künstler dich zu erkennen hat. Aber das würde jeden Tag dauern. Findet einfach den Muck und schnapp ihn in die Kuchze. Das ist das, was wir alle tun. Entschuldigen Sie, suchst du das Darkbrett oder entschuldigen Sie die Störung, wir sind? Und dann suchen wir halt auch noch das Darkbrett. Entschuldigen Sie, aber ich schaue das Darkbrett. Darkbrett? Wir haben mehr eine, wir haben einen nicht mehr. Es war ein schreckliches Zoll. Trinken und Darts 절대 nicht mixen. Schau, äh, dieses ganze LeChuck-Tag hat mich ziemlich gewohnt, so, äh, wenn du nicht interessieren kannst... So, also LeChuck ist also der Geisterpirat und wir haben da auch den Tipp bekommen in die Küche zu gehen. Nun gut, dann werden wir doch mal das tun. nur deswegen werden dem koch vorbei kommen wenn er raus geht können wir wahrscheinlich so ein irgendwie müssen wir den da raus kriegen dann schauen wir uns doch weiter draußen noch mal um es ist es wie es 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 in your face no sir nothing like it sir i it's days like this that make you glad to be dead oh yes sir glad to be dead you are glad to be dead right oh yes sir i i feel so lucky that you happened to capture my ship and murdered me and everyone on board yes yes sir lucky glad to hear it now what was it you disturbed me for uh yes sir well you see we might have a problem on melee island problem what possible problem could there be i've got those sissy pirates so scared of a sea they're afraid to take a bath well there seems to be a new pirate in town actually he's a pirate wannabe young inexperienced probably nothing to worry about don't know why i bother you with it i'll have him taking care of myself wait i'll handle this personally so also der chuck scheint uns denn dann wohl auch besuchen zu kommen ich hoffe mal nicht allzu schnell nun gut sehen wir uns doch erstmal weiter um der bürger von willy allen der sieht doch irgendwie merkwürdig aus sprechen wir doch einfach mal mit ihm was nein leider nicht was ist das eine art code nein habe ich nicht aber ein besonderes dummen was ist das ich will nur eine karte mein fetter sven lässt grüßen wie wäre dieser code doch gleich mein fetter sven lässt grüßen nein danke ich habe nicht genug geld nein danke die will ich nicht haben wir brauchen hier eine karte um den schatz zu finden also von ihm würden wir wahrscheinlich denn die karte kriegen nun dann gehen wir mal hier und schauen uns doch mal die straße an hier stehen auch noch ein paar geht zu den männern zweifelhaften moral reden wir doch mal mit ihm hey nette ratte wie kann ich es solchen ungeziffer aushalten kennt die jungs die seltsamen kerl dort auf der anderen straßenseite sagt mal seite jungs piraten ich gehe dann mal wieder kennt ihr den komischen kerl auf der anderen straßenseite kennt ihr den komischen kerl auf der anderen straßenseite wanna buy a map eh our maps are top quality not like the birdcage liniers you get from that clown across the street nah just kidding these are actually copies of the minutes of the last meeting of the melee island pta can't even give them mhm nein danke nein aber wenn ihr mit zwei goldstücke gehen würden mhm leider muss ich jetzt aufbrechen ist zwar etwas unverschirmt aber wenn ihm doch einfach mal das hier no but i'll take one if you give me two pieces of eight okay that's fair Hey, nette Ratte, wie kann man Zu den Jungsgepau auswarten, sagt man, seit die Jungs Piraten Hey, nette Ratte Hey, nice Ratte Do you like Rats? Ja, ich liebe Ratten, nein, die kann ich nicht ausstehen Ja, am liebsten in einen Weißweinsoße Leider muss ich jetzt weg, bis bald Ich will nämlich doch mal in der Weißweinsoße Ja, besonders in einer leichten Weinsauce Ah, ah, geh weg! Nun gut, ich glaube, die können uns auch nicht Wirklich weiterhelfen Hmm Gehen wir doch mal zu dieser Tür hier Ah, ich glaube, ich weiß, wo wir sind Das ist wahrscheinlich die Wahrsagerin, die in den anderen Teilen von Monkey Island ebenfalls noch Das ein oder andere mal auftreten wird Ich heiße Guybrush Threepwood und bin Pirat Lesen Sie aus der Hand, werde ich steinreich Laschetes Plötchen ziehen, leider muss ich gehen Ich heiße Guybrush Threepwood und bin Pirat Wait, don't say anything I can sense your name is, is, Guybrush Guybrush knows here No, no Threepwood Guybrush Threepwood Am I not right? Stark, haben Sie doch noch andere Tricks drauf? Gut geraten Als Berater sagen wir doch einfach mal gut geraten Glückwunsch Halb die Leute, die ich weiß, sind Guybrush Ich sage, Sie öffnen Ihre Geist Es wird dir helfen, in Ihrer kommenden Reise Lesen Sie aus der Hand, werde ich steinreich, lausche ich jetzt ein bisschen, leider muss ich gehen, Reise Was wissen Sie über diese, über die Reise Journey? Was kannst du mir über meine Reise erzählen? Ich bekomme eine Vision I see you taking a voyage A long voyage I see you captaining a sheep Yeah I see What? See what? I see a giant monkey Yikes I see you inside the giant monkey Gross Wait It's all becoming clear Your journey will have many parts You will see things better left unseen You will hear things better left unheard You will learn things better left unlearned What kind of things? I hate surprises No The time is not right to know When you know your purpose Come see me I will let you know then Yikes Nun gut Das war also jetzt eine Art Prophezeiung Was uns denn noch so erwarten wird im Monkey Island Dann schauen wir uns doch erst nochmal weiter um Können wir in diesen Laden hier auch rein? Oder wenn das überhaupt ein Laden ist? Nein scheinbar nicht Hm Können wir hier in die Tür reingehen? Hm Unsinnig Wahrscheinlich kommen wir durch diese Türen immer irgendwo anders aus So wie der arme Kerl hier Der irgendwo reingeht und wahrscheinlich dann irgendwo anders wieder rauskommt Na gut Gehen wir doch einfach mal durch den Durchgang Und schauen uns die Stadt noch etwas weiter an Das hört sich doch an wie der Chucks Stimme Dann gehen wir doch einfach mal zu Gasse Hallo Anybody in here Hello You know Bad things could happen to a person in a dark deserted alley like this one And at this time of night Nobody would be around to see it Tatsächlich Interessant Na dann bis bald Haben sie ja auch etwas gehört Ja Und Leute die sich von hinten anschleichen können Auch etwas passieren Hm Wir nehmen doch einfach mal das zweite Wir sind doch schließlich ein Pirat Ja Und bad things happen to people who sneak up on other people from behind So You're gonna give me a little attitude, huh? I'd better get your name Hm Ich bin Guybrush Threepwood Neu in der Stadt Ich bin Guybrush Threepwood Und wollte gerade gehen Ich bin Guybrush Threepwood Ein mächtiger Pirat Naja Der mächtige Pirat Äh Nehmen wir doch den mächtigen Piraten Warum nicht? I'm Guybrush Threepwood And I'm a mighty pirate Listen Peepwood Threepwood Guybrush Threepwood Whatever your name is Listen I'm the sheriff around here Sheriff Fester Scheintop Take it from me This is a bad time to be visiting Melee Island A very bad time My advice to you is to find somewhere else to take your vacation Somewhere safer Boy I feel much better knowing there's an officer of the law around So Der Sheriff scheint uns also nicht allzu gut gesonnen Na gut Hinten gab's ja auch ansonsten nicht wirklich viel Hm Was können wir hier hinten noch machen Hier ist noch ein Geschäft Da können wir eigentlich mal reingehen Und das Ist noch vergessen Aber ich wollte nochmal in das Inventar gucken Was haben wir denn überhaupt Wir haben ein Protokoll Das wir untersuchen können Und wir haben Zwei Goldstücke Nun gut Was wird da Dann reden wir doch mal mit dem gemischt warenhändler Hm Ich suche ein Ich suche den Schwertmeister von Melee Island Ich seh mich nur um Nun ich glaub nicht dass wir hier was kaufen können Und stehlen Glaub ich können wir auch nichts Dann sehen wir uns doch einfach nur mal um Oh Be my guest Fancy pants Hm Wir brauchen also irgendwo Geld Um uns wahrscheinlich das Schwert und die Schaufel zu holen Hm Dann schauen wir uns doch erstmal die restliche Stadt an Hier ist die Kirche Aber hier ist sowieso nichts Können wir auch Wieder zum Ausgang gehen Hm Was ist das Sieht aus wie ein Gefängnis Ist das ein Gefängnis? Ja das scheint ein Gefängnis zu sein Sprechen wir doch mal mit dem Gefangenen Du musst mich hier raus Ich bin ein Vorgang der Gesellschaft Nicht zu sagen Halitose Hey Es ist schwer Mein Brot mit mir frisch Wenn es nichts zu essen gibt Aber Rats Okay der Kerl hat also nicht grad den besten Atem Aber ansonsten können wir hier glaub ich nicht viel machen Untersuchen wir die Zelle mal Die ist verschlossen Hm Die sind also alle verschlossen Nun gut dann gehen wir doch mal zum Ausgang Hier können wir noch durch Und hier geht's dann zum Landsitz des Gouverneurs Aber da kommen wir an den Hund nicht vorbei Den müssen wir irgendwie betäuben Nun gut dann gehen wir erstmal zur Stadt Si Mit Ä . Wir